Aloha zum exotischen Inselhüpfen im Pazifik In San Francisco stimmen sie sich auf die USA ein und in Los Angeles lassen sie ihre Traumreise ausklingen. Nach 5 Stunden Flug erreichen sie die Hauptstadt Honolulu und den berühmten Waikiki Beach. Sie erkunden nun ganz intensiv die vier größten Inseln Hawaii Island, Maui, Oahu und Kauai. Mit ihrer Eberhard Reisebegleitung und ihrer örtlichen Reiseleitung unternehmen sie Inselrundfahrten. Kauai lernen sie sogar von oben kennen. Ein Helikopterrundflug ist inklusive. Auch die amerikanische Geschichte wird beleuchtet. Der Militärstützpunkt Pearl Harbor gehört einfach dazu. In ausgewählten Hotels mit Top-Lage kommt auch die Entspannung nicht zu kurz. Eberhard Travel übernimmt übrigens für sie die Einreisegenehmigung. Entdecken sie mit uns verborgene Wasserfälle. Und erfahren sie mehr über den berühmten Kona Café mit Kostprobe. Am pechschwarzen Punalo-Strand liegt Basalt von erkalteter Vulkanlava. Und sie besichtigen einen der aktivsten Vulkane der Welt. Krönender Abschluss ist ein Katamaran-Segeltürn. Schaut Delfine! Genießen sie einfach Hawaii. Wir kümmern uns um den Rest. Aber mit dem Zeitpunkt. Schaut Delfine! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017